Schönes Arschloch. Lecken. Das Arschloch, nicht die Pussy. Ich kann sie jetzt nicht fahren, ich habe keine Zeit, tut mir leid. Ich habe sie aber bestellt. Gut, okay, die fährt mein Auto. Ohne euren Schlüssel kann ich gar nichts holen. Aber wir haben doch einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Ich hole ein Schlafstofftier, hole ein Regal auf und mache es schon weiß ich nicht aus, was ich möchte. Ich hole ein Schlafstofftier. ues Vielen Dank.